Sony launcht Layer-2-Blockchain für ein offenes Internet. Sony startet seine eigene L2-Blockchain namens Soneum. Die L2-Blockchain wird gemeinsam mit Startail Labs entwickelt und basiert auf dem Optimism-Netzwerk von Ethereum, um niedrige Gebühren zu gewährleisten. Sony hat über 2000 Patente für superfungible Gaming-Token angemeldet, aber bisher ohne konkrete Ergebnisse. In den nächsten drei Jahren will das Unternehmen mit Hilfe der Blockchain verschiedene Produkte in das Web3 integrieren. Die ersten Tests für Soneum starten in den nächsten Tagen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.